Unser bekanntes Filmteam berichtet wieder über Neuzugänge, Baufortschritte und interessante Zugzusammenstellungen auf unserer Modelleisenbahn. Ja, hallo Leute, heute machen wir wieder einen Fahrfilm. Heute präsentieren wir euch den EC60 Maria Theresia um 1990 mit einem stattlichen 10-Wagen-Zug, gebildet aus UICZ-Wagen und zwar der Epoche 4 bis 5, das ist so der Übergang gewesen. Rein aus dem ÖBB-Wagen. Wir machen einen Lockwechsel dann in Bux, das ist dann die Station in der Schweiz. Dort bekommt dann der Zug eine SBB-Maschine. Viel Spaß mit dem Video, Like und Abo nicht vergessen. Ciao. Wir machen jetzt die Station in Bux, die Station in Bux, die Station in Bux. All das Entsteigen und Gebühren schließen. Zug fährt ab. Jawohl. Mannen. Wu, wie ist jetzt noch? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich hoffe, es hat euch gefallen, ja, dann lasst ein Like da und abonniert, das wäre fein, Tschau!